Hallo Tavraner! Ihr habt von uns mit den Startunterlagen auch diese Tattoos bekommen und ich erkläre euch jetzt mal wie man die auf die Haut kriegt. Als erstes nehmt ihr die Folie, als erstes nehmt ihr die Folie, die Schutzfolie, macht die ab und klebt euch das Tattoo mit der Schriftseite an die Stelle, wo ihr das haben wollt. Dann nehmt ihr einen nassen Lappen und fahrt damit über die Trägerfolie, so dass es gleichmäßig nass ist. Und dann wartet ihr 40 Sekunden. 40 Sekunden sind jetzt rum, dann zieht ihr das Ganze vorsichtig ab, drückt die Ecken fest und schon habt ihr den Tavran auf der Haut. Zum Lösen einfach Babyöl holen, Vaseline oder sonst was, wo ähnlich ist und dann schön drüber rubbeln, dann geht das auch wieder weg. Falls euch das zu schnell ging, einfach das Video nochmal anschauen oder die Rückseite von der Trägerfolie lesen, da steht alles nochmal drauf. Wir freuen uns auf euch, wir sehen uns am 8.10. Bis zum nächsten Mal.